Sehr schön, dass du da bist, Susanne. Das ist schon das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit, dass du im Bienewitz bist. Vor einer Woche warst du da in Sachen Beruf als Vortragscoach und hast uns gezeigt, wie man sich besser präsentiert. Genau. Heute, jetzt gleich in einer halben Stunde, geht es zu einem anderen Thema los. Ich muss weit gefasst auch ums Thema präsentieren, aber sich in anderer Weise präsentieren, nämlich flirfen. Flirten. Gleich gibt es einen Flirt-Shop. Der Sekt ist schon kaltgestellt, gleich geht es los, aber davor noch ein paar Fragen. Susanne, Rampensau, kann man das so sagen? Ich? Wir sonst. Also, ja, ich glaube, ich bin eine Rampensau, das kann man sagen. Es ist natürlich ein Wort, das man normalerweise nicht so gerne benutzt und nicht so gerne hört über sich, aber es macht mir Spaß, vorne zu stehen, es macht mir Spaß, auf der Bühne zu sein und gesehen zu werden. Ich habe das gerne. Eben, den meisten anderen graut ja davor vor öffentlichen Auftritten. Was ist für dich genau das Tolle da dran? Auf der Bühne zu stehen? Also, ich finde eben diese Verbindung, die man hat mit den Leuten, mit dem Publikum, das macht mir wirklich große Freude. Also, das ist noch mehr als Freude. Das ist, wenn ich da, wenn ich oben stehe auf der Bühne und ich sehe mein Publikum, das ist, für mich ist es das Größte, Leute zu berühren und zu unterhalten. Das finde ich wirklich das Tollste. Es gibt auch immer diese Workshops, die fragen, was ist dein, warum? Und da überlegt man dann und überlegt und immerhin habe ich gedacht, bumms, das ist es einfach. Ich will berühren und ich will unterhalten und ich will wirklich diese Verbindung, das fände ich toll. Und das ist für mich auch flirten übrigens. Flirten ist eigentlich Verbindung und du musst auch da wieder erstmal die Verbindung zu dir herstellen, wenn du dich selber blöd findest, dann ist es leider nicht gut flirten. Das stimmt allerdings.